Whisky.de Treffpunkt Feiner Geiste Guten Abend und herzlich willkommen bei Whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geiste. Mein Name ist Horst Lüning und hier sitzt mein Sohn Benedikt. Für alle die, die uns noch nicht kennen und die jetzt das erste Mal mit dabei sitzen. Wir wünschen zuallererst mal frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten euch allen zusammen. Und dann wollte ich gleich am Anfang bitten, wer es im Chat noch nicht gelesen hat, wir brauchen ein bisschen stilles Wasser. Wenn Sie also noch jemanden schicken können oder so, Kranenburger, also aus dem Wasserhahn reicht, sollte nicht zu kalt sein. Genauso wie der Whisky nicht kalt sein sollte. Wir brauchen auch kein Eis und brauchen auch keine Cola. Das vielleicht so mal vorne weg. Und hast du schon mal eine Zahl, wie viele Leute da sind? Wir haben 324 Zuschauer. Das sieht doch gut aus. Und wir haben irgendwo einen Ton am Laufen. Nicht mehr. So, jetzt nicht mehr. So, gut. Okay, ja, fangen wir doch gleich an. Warum ist der unscharf? Weil ich nicht so viel streamen will. Ach so. Das ist normal. Okay. Alles gut. Gut, alles gut. Ja, wir sind ein bisschen aufgeregt, weil wir diesmal das Livestreaming mit Riesenansage gemacht haben. Und dann sitzen wir jetzt da. Hoho, hoho, hoffentlich klappt alles. Aber ich glaube, wir werden besser. Und ja, bis wir eines Besseren belehrt werden. So, wir haben uns heute einen Einsteiger-Whisky-Tasting vorgenommen. Und zwar wollen wir dem Whisky-Neuling mal nahe bringen, was Whisky so ausmacht. Und wir haben uns da ganz speziell auf einen Bereich des Whiskys zurückgezogen, nämlich Premium-Whiskys aus Schottland. Das ist jetzt nicht Ultra-Premium, also nicht so hyperteuer, sondern es ist gehobene Ware. Und es ist ja alles aus Schottland, weil das momentan hip ist. Und im Prinzip, die Leute, ich sage mal so 80 Prozent, lieben schottischen Whisky. Und darum haben wir uns hier auf diese vier Whiskys entschieden. Und man konnte ja vorher schon in der Vorstellung vom Bild sehen, das ist einmal ein Edredauer-Whisky, dann ein Glen Farkless-Whisky, ein Highland-Park-Whisky und ein Thaliska-Whisky. Die stammen also alle aus verschiedenen Regionen in Schottland. Und ja, warum ist das alles Scotch? Warum haben wir es hier mit angelsächsischem Whisky zu tun? Nun, das liegt daran, dass die Schotten schon seit jetzt über 500 Jahren Whisky produzieren. Das ist urkundlich erwähnt. Seit 1494 wird also in Schottland Whisky gebrannt. Und das britische Empire, was ja über die Jahrhunderte, über die Welt sich ausbreitete, das hat seinen Treibstoff mitgenommen. Und es heißt immer so schön, die Engländer haben das Empire regiert und die Schotten haben es betrieben. Das heißt, also die Schotten waren draußen, die Schotten hatten die Armeen, die kämpften und unterwarfen die Völker und waren vor Ort. Ja, und die wollten ihren Whisky haben. Und mit den Jahren kamen die Länder des Empires halt auch alle von ihren Bürgern her zum schottischen Whisky dazu. Und so breite sich der Whisky also im Empire aus. Und da allen voran. Hast du mal weiter? Ja, genau. Also wir haben Whisky überall auf der Welt verteilt. Aber es sind wirklich, wie Horst gesagt hat, die Spuren des Empires haben das Ganze hinterlassen. Beim Premium-Whisky-Bereich geht es 90% um Schottland. Also hier oben die große schottische Fahne. Das ist so der Standard. Jeder Mensch kennt ein gutes Glas Scotch. Und wenn man dann weiterschaut, das nächste, was man dann kennt, ist hier drüben. Das ist die Fahne vom Commonwealth of Kentucky. Und da kommt der Bourbon her. Mittlerweile ist aber... Ach, du hattest noch was zum Scotch. Hattest du noch was? Was ist denn Scotch? Ach so, wollen wir damit zuerst anfangen? Ja, mach nur. Dann fangen wir damit zuerst an. Und zwar... Machst du mich wieder groß oder bleibst du klein? Ach so, wir können nicht machen. Ja. Also beim Scotch geht es darum, dass wir eigentlich zuerst ein Bier brauen. Und dieses Bier ohne Hopfen brauen, damit es nicht bitter ist. Gehren das auch ordentlich durch, dass es 7, 8% hat. Und dann brennen wir es auf Destillationsapparaten. Da kommen wir später noch ein bisschen stärker zu. Und damit kriegen wir also eine hochdestillierte Späderoturose, die über 60%, 65% bis 70% aus den Brennblasen rauskommt. Dann geht es ins Holzfass. Und diesem Holzfass wird es dann gereift. Und anschließend wird es dann verdünnt und hier in die Flaschen gestellt. Und wollen wir jetzt schon mit dem... Und da gibt es also ein Schottisches Whisky-Gesetz. Das war 1988, ist das mal so richtig ins Detail gebracht worden. Und 2009 wurde es da nochmal spezifiziert und nochmal genauer gemacht. Also Schottischer Whisky, damit er sich Scotch nennen darf, muss in Schottland hergestellt sein. Und es darf nur aus Wasser und gemälzter Gerste hergestellt werden. Und dann muss man das im Prinzip fermentieren mit Hefe. Und anschließend wird es also destilliert und zwar nicht höher als 94,8 Volumenprozente. Das hat zwei Gründe. A, kann man es nicht höher destillieren, chemisch nicht. Oder sagen wir mal, mit Destillation schafft man es nicht höher. Und man würde die ganzen Geschmacksstoffe verlieren und dann würde der wie Wodka schmecken. Und das wollen wir nicht, denn Scotch soll besser und mehr schmecken. Und dann muss es in Holzfässer gehen, wie Sie hier die Flaschen auf unserem Fass stehen sehen. Und diese Holzfässer reifen den Whisky und übertragen dann Aromenstoffe aus dem Holzfass in den Whisky über die langen Jahre der Reifung. Und da darf das Fass nicht größer sein als 700 Liter, weil bei diesen 700 Litern ja noch genügend Fasswand da ist für den Inhalt. Wenn die Fässer noch viel größer würden, dann ist das ein bisschen Fasswand, was pro Liter Whisky dann zur Verfügung stehen würde, so klein, dass es da keinen nennenswerten Aromaübertrag gäbe. Dann im Prinzip darf man anschließend, wie ich es gerade sagte, nur noch Wasser zusetzen, um den zu verdünnen. Aber nicht weniger als 40 Volumenprozente, denn dann ist kein Whisky mehr. Früher gab es Leichtwiskys. Die waren also, die amerikanischen gingen runter bis auf 25 Prozent und lange Zeit waren 38,5 Prozent, glaube ich, zulässig. Ich weiß nicht, beim Wodka ist es, glaube ich, noch so. Irgendwie so. Aber mittlerweile ist also die Minimumalkoholgehalt ist 40. Ja, und man darf dann auch noch ein bisschen Farbe zusetzen. Das ist aber für den Billigsprit gedacht. Hier bei unseren Whiskys, die wir auf dem Fass stehen haben, ist nur der letzte, den wir probieren werden. Ja, mit etwas Karamell vielleicht zugesetzt, um verschiedene Chargen, weil der Whisky reift, natürlich in der Farbe aneinander anzugleichen. So, das ist also im Prinzip das, was das Gesetz sagt. Genau, das ist jetzt die schottische Gesetzgebung. Ich mache jetzt mal weiter, und zwar bei den Amerikanern. Und die Amerikaner hatten auch ihren Bourbon Act. Bourbon heißt er, weil Bourbon aus dem Bourbon County, das ist zur Ehre des französischen Königs Bourbon, der Haus der Bourbonen, die im Unabhängigkeitskrieg geholfen haben. Gegen die verhassten Engländer, die heute Brüder sind. Genau. Ist das Bourbon County genannt worden, und da kam der Whisky her, weil da besonders schönes, gutes Wasser war, und man damit den Whisky sehr schön machen konnte. Und der hieß dann Bourbon und musste aus dem Bourbon County kommen. Aber heutzutage darf man in den ganzen USA Bourbon machen. Gibt aber auch ein bisschen Regularien. Title 27 von den Electronic Code of Federal Regulations. Alco Tobacco Firearms, also ATF Code. Und die Amerikaner benutzen 51% Corn, also Mais. Das ist ganz besonders, weil der dann so richtig schön süß schmeckt. Kennt man von den süßen Bourbons bei Amerikanern. Die Amerikaner müssen auch niedriger destillieren, bei 125 Proof ins Fass abfüllen, und nur mit frischen Fässern darf das Ganze verwendet werden. Ja, 125 Proof durch zwei, dann hat man Alkoholstärke. Genau, das sind die amerikanischen Proof. So, was man dann auch noch als nächstes kennt, ist, ich schalte wieder um, was man als nächstes kennt, ist diese Fahne hier. Die Fahne kennt man nicht, aber man kennt die Produkte aus diesem... Um mal genau zu sein, es sind Flaggen. Flaggen, ja. Es sind staatliche Staatsflaggen. Staatsflaggen, ja. Das ist the State of Tennessee. Und aus dem State of Tennessee kommt der Tennessee Whisky. Denn wer genau ein bisschen mehr über Whisky weiß, weiß, zum Beispiel Jack Daniels ist kein Bourbon. Das ist ein Tennessee Whisky. Und der ist ähnlich. Also, er muss aus Tennessee kommen, er hat 51% Mais, darf nicht höher als 160 Grad Proof destilliert werden, auch in frischen Eichenfässern abgefüllt werden und gereift werden, wobei hier nicht drei Jahre steht. Und er muss aber nach dem Lincoln County Process verändert werden. Das heißt, nach dem Destillieren wird der Whisky noch mal durch Holzkohle gefiltert. Und die Holzkohle muss aus through Marple-Charkoal. Also das ist so Zucker-Ahorn. Der wird dann verbrannt und daraus entsteht Holzkohle. Und da kann man den Whisky dann filtern. Und dann wird der besonders weich, wie man das von den Tennessee Whiskys so kennt. Ja, das sind so die ganz Großen. Ja, vielleicht noch ein bisschen, rundherum sieht man noch ein paar ganz andere Flaggen stehen. Dazu kann man jetzt vielleicht sagen, man sieht so ein bisschen auch das britische Empire. Ja, das sieht man hier wieder. Man sieht also da in den USA, aber auch in Kanada, die ja heute noch die britische Königin als Staatsoberhaupt haben, genauso Indien als ehemalige britische Kolonie. Aber ganz wichtig, also der drittgrößte ist der Irish Whisky. Kennt man vom St. Patrick's Day. Da trinkt man traditionell einen Jameson oder einen Mushmills. Das sind Irish Whiskys. Ja, auch da darf ich jetzt ein bisschen widersprechen. Im Prinzip, das wäre der viertgrößte. Weil der größte ist der Schotter, der zweitgrößte ist der Inder. Wobei die Inder, du hast schon recht. Kommt daran, wie man anschaut. Ob man den Premium-Markt anschaut, dann würde ich sagen, sind die Inder nochmal relativ weit weg. Weil Premium-Distillerien, wie wir sie hier haben, sehen wir bei uns, gibt es eigentlich nur zwei in Indien. Ja, und der Rest wird nämlich aus Melasse hergestellt und dann mit Getreide, Whisky vermischt. Und dann gibt es so ein Zwitterding, den wir nicht so richtig als Whisky ansehen, aber die Menge ist halt schier groß. Ja, und dann die Japaner, die haben das dann zwischen den Weltkriegen. Ja, da ist Yamanaka Takezudo. Der Herr Takezudo ist nach Schottland gegangen, hat das gelernt und hat den Whisky nach Japan gebracht. Und sie haben mittlerweile eine sehr respektable Whisky-Szene. Also da gibt es wirklich sehr gute Whiskys, auch alte Whiskys und eben meistens nur Premium-Whiskys. Ja, und jetzt hast du unten mit dem Bild, unten rechts im Eck, hast du jetzt noch Australien überdeckt. Da gibt es also auch noch ein paar Brennereien. Südafüge gab ein paar Brennereien. Ja, aber verschwinden gering. Am Ende sind das die Länder des Empires. Und dazu kommt natürlich in Zentraleuropa Deutschland. Wir haben über 100 Whisky-Brennereien, die allerdings die meisten mit Obstbrennblasen brennen. Und damit schmeckt der Whisky nicht so ganz, wie wir uns Whisky vorstellen. Und dann Schweden noch. Da gab es so einen kleinen Hype mit Wegfallen von Subventionen. Subventionen haben sich dann viele Bauern gedacht, oh, was mache ich denn jetzt? Und dann haben sie gesagt, oh, dann mache ich eben noch einen kleinen Whisky-Brenn nebenbei. Ja, das ist jetzt mal so ein kleiner Überblick. Sollte es jetzt dann auch mal gewesen sein. Ja, wir haben eine Viertelstunde rum. Viertelstunde rum. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal mit dem ersten Whisky an, oder? Wie viel haben wir online? 686. Das ist ganz gut, dass wir vielleicht diese 15 Minuten gewartet haben. Dass wir einfach mehr haben. Sollten wir noch ein bisschen was zur Reihenfolge? Ja, und zwar, wir fangen mit dem Ehrer Dauer an, weil er im Prinzip der am einfachsten zu probierende Whisky ist, der schon einen guten Teil in Sherry-Fässern reifte, damit vergleichsweise weich ist. Und er hat eine geringe Alkoholstärke, sodass wir hier noch nicht mit stillem Wasser verdünnen müssen. Und das prädestiniert ihn nun als Einsteiger. Dann kommt der Glen Faglis, den manche hier ans Ende gesetzt haben, wegen dem hohen Alkoholgehalt. Wir werden ihn aber runter verdünnen, damit er nicht so brennt. Und dann kommt er im Geschmack, von der Intensität her, dem Ehrer Dauer schon ein bisschen näher. Dann kommt als nächstes der Highland Park von den Orkney-Inseln, ganz im hohen Norden. Der zeigt einen ganz leichten Rauchgehalt. Und dieser Rauch ist jetzt etwas Besonderes, etwas Anders. Damit haben wir ihn zu später gesetzt, weil dieser Rauchgehalt sich im Mund auch ein Stückchen festsetzt. Und dann würde man die Whiskys ohne Rauchgeschmack nicht so deutlich davon abheben können. Und als letztes kommt dann der Talisker. Der ist nicht nur rauchig, sondern der ist auch richtig pfeffrig, scharf. Nicht vom Alkoholgehalt, sondern vom allgemeinen Aroma. Und damit tun wir den zum Schluss oben drauf, damit hier diese Schärfe dann die anderen nicht. So, jetzt kommen wir dazu, wie viel schenkt man sich denn ein? Normalerweise heißt es einen Drum. Ein Drum ist im Prinzip ein großzügiger Schluck. So ist er ungefähr definiert. Und mit unserem Glas, da sagen wir später was zu, oder? Du hast das Skript geschrieben. Glas kommt jetzt. Glas kommt jetzt, gut. Aber eigentlich so mit dem Probieren. Mit dem Probieren, okay. Also wir schenken jetzt ungefähr ein. Ich sage mal, das ist jetzt ein guter Drum. Ich werde ihn jetzt gleich nicht austrinken, weil das ist dann, bis wir beim vierten sind, fange ich hier das Stammeln an. Nein, tue ich natürlich nicht, aber wäre mir dann am Ende doch ein bisschen viel. Und wir haben jetzt hier ein Glas. Das hat einen Stiel, damit man es schön anfassen kann. Das hat einen vergleichsweise großen Teller, damit man es nicht umstoßen kann. Es hat einen bauchigen Kelch, damit der Whisky breit daliegt, mit einer hohen Oberfläche. Und dann schnürt sich das oben zusammen zu einer Tulpe, damit im Prinzip das, was hier unten verdunstet, oben sich konzentriert, und man es dann mit der Nase einziehen kann. Und dann gibt es oben eine Lippe, damit der Whisky breiter ausfließt, damit er nicht so mit dem Schwall nach hinten geht. Und hinten schmeckt man vor allem Bitterkeit. Und dann kriegt man praktisch die Eichenaromen, die zum Teil bitter ausfallen, als allererstes. Und das ist dann für das Geschmacksergebnis nicht so doll. Also das Wichtige ist, nicht die typischen Whisky-Tumbler zu nehmen mit der zylindrischen Glasform. Das ist, damit man da besser Eis reinschmeißen kann. Bloß was passiert physikalisch, wenn man Eis reinschmeißt, das Ding kühlt ab. Und wenn es abgekühlt hat, dann verdunstet das nicht. Dann gehen einfach die Aromen, die Geruchsstoffe nicht in die Luft und wir können sie nicht riechen. Und das ist dann typischerweise für die Leute da, die eigentlich die Wirkung des Alkohols eigentlich am besten spüren wollen. Und die tun dann Eis rein. Dann hat dieses Glas, typisch so einen dicken Glasboden, dann kann man dann im Prinzip die Hand drunter stellen. Und durch das Glas wird das isoliert und das Eis schmilzt nicht. Und das ist also schon mal ganz schlecht. Ja, das ist halt für Wirkungstrinker, ne? Für Wirkungstrinker, ne? Aber wir sind hier nicht zum Wirkungstrinken, sondern zum Genießen. Ganz genau. Und jetzt kommen wir gleich zum ersten Schritt, dem Nosing. Das heißt, man riecht am Whisky und da riecht man schon eine ganze Menge. Und ihr könnt gerne mal in den Chat reinschreiben, was ihr denn alles so riecht. Wow. Zuallererst für die Einsteiger. Man riecht an dieser Stelle jetzt auch ein Stück weit Alkohol. Wer ein absoluter Einsteiger ist, der wird zuallererst ausschließlich Alkohol riechen, obwohl dieser Whisky nur 40 Volumenprozente hat, also das gesetzliche Minimum gerade so erreicht. Und man muss ein Weilchen dran riechen, bis man sich an gewisse Aromen gewöhnt. Und man gewöhnt sich immer zuallererst an die stärksten Aromen. Also hier in diesem Fall dann den Alkohol. Okay, haben wir gleich mal zwei Leute. Manuel Mayer und Philipp Baumann. Vanille. Ja, das ist normal. Das ist normal. Das stammt daher, dass hier diese Fässer von innen ausgebrannt werden, diese Eichenfässer. Und Eiche enthält einen hohen Prozentsatz an Lignin. Lignin ist die harte Substanz in dem Hartholz. Und dieses Lignin, der Rest vom Holz ist Zellulose. Und dieses Lignin wird durch das Ausbrennen und Erhitzen der Fässer, die man sagt, die werden thermisch aktiviert, wird aufgespalten. Und da entsteht, ups, wer hätte das gedacht? Vanillin. So, wir haben Sepp Blatter. Der Raum ist, Rauch ist kaum spürbar, aber die Honigsüße ist deutlich im Vordergrund. Ja, Rauch ist auch keiner drin. Aber die Honigsüße habe ich auch. Das Ausbrennen der Fässer führt jetzt nicht zu Rauch, sondern zu Holzkohle im Fass. Und die saugt oder absorbiert die scharfen Bestandteile, die in solchen jungen Whiskys drin sind. Und wenn der dann zehn Jahre da drin gereift hat, sind die scharfen Bestandteile alle in der Holzkohle gelandet. Und kein Rauch. Rauch, wie das funktioniert, kommen wir später drauf. Axel Rose, Toffee. Ja, das geht so ein bisschen Richtung Vanille, Karamell. Und das Karamell entsteht dadurch, dass wir die Zellulose vom Fass durch diese thermische Aktivierung, das wird also ein paar Minuten auf 150 Grad erhitzt, und dabei kocht dann das Wasser im Holz. Karamellisiert den Zucker. Und die Zellulose spaltet sich auf in Zucker. Und der Zucker karamellisiert. Und dadurch wird dieser Whisky auch braun. Der ist also nicht gefärbt. Und dieses Karamell hat also so Übergänge dann mit Zucker. Und das riecht man nun als Toffee. Philipp Baumann, reifer Apfel. Kevino, 27, leichte Minze. Da hat Paul Mis, Cheeseburger. Joe D., eingerittener Damensattel. Jo. Okay. Ja, Honig, Karamell, viel Vanille. Vanille und Alkohol. Bin Anfänger. Von Paul Mis. Viel Dai Dai. Birne. Okay. Ja, und wenn man dann genug gerochen hat. Ja, jetzt vielleicht dazu noch die Fruchtaromen. Die stammen daher, dass die Hefen den Zucker aus dem Korn, also das Korn besteht aus Schärke. Die Stärke wird beim Fermentieren aufgespalten in Zucker. Und dieser Zucker wird in Alkohol vergoren. Und dabei entstehen auch fruchtige Bestandteile durch die Hefen. Und diese Frucht, diese Früchte kann man also ganz deutlich spüren. Die einen sind mehr Äpfel und Birnen. Und wenn die Whiskys älter werden, dann wird das mehr so Dattelfeige und so. Und zusätzlich riecht man jetzt noch im Prinzip die Frucht vom Sherry aus dem Sherry-Fass, dem alten Sherry-Fass, in dem dieser Whisky auch reifte. Ja, und dann, Tschüss. Vielleicht hätte man das vorher sagen, sollte nicht, objektischer. Sondern man nimmt einen Schluck und hält den längere Zeit im Mund. Und was man jetzt hier im Mund spürt, ist auf der einen Seite mal ein gewisser Antritt vom Alkohol. Und auf der anderen Seite schmeckt man so eine leichte Würzigkeit. So ein Stück weit, ja, ich möchte mal sagen, erinnert an Pfeffer. Und diese Würzigkeit, die stammt aus dem Holzfass. Das sind die Tannine aus dem Holzfass, die hier über in den Whisky gehen, die der Alkohol des Whiskys aus der Fasswand heraussaugt und man diese leichte Pfeffrigkeit hat. Und wenn jetzt der Whisky ein Weilchen schon den Mund verlassen hat, spricht man davon, das ist dann der Abgang. Und in diesem Abgang ist eine ganz zarte Bitterkeit, Bitterkeit ist zu viel, aber so ein Geschmack nach dunkler Schokolade, nach ein bisschen Kaffee, nach ein bisschen Espresso zu schmecken, das ist dann der Abgang und das ist diese leichte Würzigkeit, die aus dem Holzfass kommt. Weil hier so viel europäische Eichenfässer verwendet werden, haben wir es hier also mit einer deutlicheren Bitterkeit. Und für den Experten ist der jetzt ziemlich sanft, mit einer guten Süße, leichten Fruchtigkeit und dann, wenn man ihn runtergeschluckt hat, breitet sich eben genau diese Würze aus. Was habt ihr denn so alles im Glas? Braucht immer 10 Sekunden, also wir sind wirklich 10 Sekunden vor euch dran, ist immer schön zu essen. Ich bin schon vom Stuhl gefallen. Genau. Sepp Blatter, cremig wie eine Cremeschnitte. Ja, die Öligkeit. Abgang Eichig. Ja, Abgang Eichig, diese Cremeschnitte, da gibt es immer eine gewisse Öligkeit im Whisky, weil im Prinzip die Öle mitkommen. Finde ich aber auch, dass der hier so einen guten Teil Cremigkeit, Öligkeit drin hat. Leicht, aber sehr füllend. Wer ist? Honig im Abgang. Schmeckt leicht nach überreifer Mango. Ja, ein überreifer Mango ist dieser leichte Alkoholstich, der wird das. Nuss im Abgang. Ja, Nuss. Nuss stammt typischerweise auch von den Eichenfässern. Wenn man so ein Oloroso-Cherry-Fass ausgeleert hat und riecht da dran, dann kommt dann richtig Nuss durch. Schauen wir mal, zeitlich sind wir fortgeschritten. Ja, 22 Minuten sind wir gut dabei. Okay. So, wollen wir dann übergehen zum nächsten? Dann gehen wir mal weiter und zwar gehe ich jetzt mal ein bisschen auf die Produktion ein. Ja, es fängt alles an mit Getreide. Also wir haben im schottischen Whisky, haben wir ziemlich 100% Gerste. Ja, im schottischen Whisky, nicht im schottischen Malz-Whisky. Im schottischen Malz-Single-Malt-Whisky. Also wir haben hier alles Single-Malt-Whiskys und dort wird das Getreide eingesetzt. Und das Getreide muss gemelzt werden, um die Stärke im Getreide in Zucker umzuwandeln. Deswegen lässt man das Korn keimen, sodass das Korn mit Enzymen diese Stärke aufspaltet und daraus dann Zucker entsteht. Das lässt man erst einweichen, dann bereitet man das hier aus, wie man das sieht. Und das Malz muss dann regelmäßig gewendet werden, damit es nicht anfängt zu schimmeln. Und das mache ich hier einmal. Benedikt bei der Arbeit. Ja, das ist jetzt bei LaFroik und da gibt es auch ein schönes Video davon. Und ja, das ist jetzt die sehr traditionelle Methode. Heutzutage hat man sehr große Komplexe, die das Ganze dann in der Trommel machen oder in Saladin-Boxes. Aber Trommeln sind mittlerweile eigentlich angesagt. Nachdem man das Getreide dann gemelzt hat, muss man das Ganze maischen. Das heißt, man muss daraus den Zucker und noch Teile von der Stärke auswaschen. Aber hauptsächlich Zucker. Und das wird dann in so einem Läuterbottich gemacht. Und da wird dann, gibt es mehrere Waschvorgänge, dem sehr heißes Wasser zugesetzt wird. Und der löst dann die Zucker im Malz aus und eben auch ein wenig von der Stärke. Und man hat am Ende dann einen sehr, sehr zuckrigen und sehr, sehr süßen, malzigen, ja, ein malziges Gemisch. Das man im Grunde auch zu einem Bier weiterverarbeiten könnte. So, aber was wir dann machen ist, wir setzen Hefe zu, wie beim Bier. Aber wir setzen keinen Hopfen zu. Also wird es ein nicht hopfiges Bier. Und hier, wie man das sieht, sieht man in so einem riesigen Schaum. Und da fällt es immer wieder zusammen. Und was dieser Schaum ist, ist CO2. Denn die Hefe setzt den Zucker in Alkohol um und dabei entsteht auch noch CO2, was dann aufsteigt und nach oben dann abgesaugt wird. Und diese Ventilatoren, die man hier sieht, die gerade ausgeschaltet sind, die sind dafür da, dass der Schaum, der zu hoch entsteht, dass der niedergeschlagen werden kann. Dass es nicht überschäumt, überkocht. Was dann entsteht, ist ein alkoholisches Gerstenbier ohne Hopfen. Und das hat so, was hat das so? Acht bis neuneinhalb. Sieben, neuneinhalb. Also gibt es verschiedene Stufen. Und es ist auch ziemlich wichtig, was man für eine Hefe benutzt. Also es gibt Hefen, die machen es ein bisschen fruchtiger. Es gibt Hefen, die machen es ein bisschen würziger. Und auch die Dauer ist relativ wichtig und die Temperatur. Denn die verschiedenen Hefen arbeiten auch bei verschiedenen Temperaturen. Es gibt Leute, die kühlen während dem Fermentieren. Und es gibt Leute, die lassen das auf natürlicher Weise entstehen. Ja, und auch die Dauer des Fermentierens ist wichtig. Manche, also das Minimum sind eigentlich 48 Stunden. Ja. Und das Maximum sind so 96 Stunden. Also entweder zwei Tage oder vier Tage. Und je länger man fermentiert, umso mehr Aromenstoffe, verschiedene Aromenstoffe geben die Hefen ab. Und was man hier sehen kann, am Rand sieht man hier, das ist ein Holzbottich. Die werden auch manchmal noch verwendet. Es gibt viele, die arbeiten mit Stahltonnen. Aber in Holzbottichen wachsen auch noch verschiedene Bakterien im Holz, in verschiedenen Milieus. Und die geben auch noch einen Geschmack an dieses Bier ab. Als nächstes machen wir aus unserem 8%igen oder ca. 8%igen Bier, brennen wir das Ganze in den Brennblasen. Und da haben wir eine zweistufige Destillation in den Lowlands. Und bei manchen Brennereien gibt es auch eine dreistufige Brennstufen. Triple Destillation. Aber normalerweise hat man eine Double Destillation. Und das heißt, beim ersten Brand brennt man den Whisky so auf 25%. Und beim zweiten Mal muss man natürlich die Regeln einhalten, wo man ist. In Amerika darf man nicht so hoch brennen. In Schottland darf man höher brennen. Aber man brennt auch nur irgendwo zwischen 65 und 75. Und was aber dann sehr wichtig ist, ist die Form der Brennblase. Da kommt es darauf an, wie breit die Brennblase ist und wie hoch die Brennblase ist. Und dieser Arm hier, der Leinarm, ist auch noch wichtig. Und die Form der Brennblase. Eine sehr hohe Brennblase trennt den Alkohol sehr gut. Und wir haben einen sehr milden Alkohol. Eine birnenförmige Brennblase, die trennt den Alkohol weniger stark. Und hängt natürlich auch daran, wie schnell man brennt. Und das beeinflusst dann, wie rassig der Whisky ist. Wenn man ihn schnell brennt, hat man richtig würzigen Whisky, richtig starken Whisky. Aber kann auch sein, dass der hin und wieder so eine alkoholische Note hat. Und wenn man diese Dinger hier anschaut, das ist ein Reflux-Bow. Man könnte auch argumentieren, dass der eine Einstörung hat. Der macht Verwirbelungen im Whisky, in dieser Brennblase. Und dann kommt der Whisky wieder zurück, kondensiert wieder und wird wieder gebrannt. Und das Ganze zielt auch darauf ab, dass es Kontakt mit der Brennblase gibt. Und diese Kupferbrennblase, also die müssen immer aus Kupfer sein. Dieses Kupfer hat katalytische Reaktionen, die diese Fuselstoffe abbauen. Und den Whisky halt um einiges besser machen als so ein Wodka. Weil der Wodka, der hat so eine richtig alkoholische Note und die kriegt man eben durch diese Liebe zum Detail und dieses Handwerk mit der Kupferbrennblase, kriegt man die eben raus. Und man versucht da eben Reflux hinzukriegen. Manche versuchen es nicht, die versuchen halt so einen richtig schönen rassigen Geschmack zu haben. Und dann, was noch besonders wichtig ist, ist das Lagern. Das ist jetzt mal das Innere eines Lagerhauses in Schottland. Das ist so ein sogenanntes Dunnage Warehouse, also nur drei Stockwerke hochgeschichtet. Und unter diesen Holzplanken ist gestampfter Lehmboden. Und Schottland ist ein relativ regnerisches Land, ein bisschen kühleres Land. Und da merkt man dann, man hat keine hohen Temperaturunterschiede. Und deswegen kann der Whisky schön ohne große Veränderungen lagern. Es ist feucht und klamm. Feucht und klamm, genau so ist es. Und diesen Einfluss von der Umgebung, der hat wirklich Einfluss auf den Whisky. Wenn man nach Kentucky schaut, die haben viel höhere Lagerhäuser. Die haben bis zu sechs, sieben Stockwerke. Da ist oben richtig warm im Sommer und unten richtig kalt im Winter. Und das Holz ist ein Naturprodukt und das arbeitet. Und das dehnt sich aus und zieht sich wieder zusammen. Und während es sich ausdehnt, nimmt es mehr Whisky auf, hat damit mehr Kontakt zum Holz. Und man bekommt einen intensiveren Holzgeschmack. Deswegen hat man beim Bourbon so einen richtig intensiven Vanille-Karamell-Geschmack. Weil man eben diese Vanille und die Karamelle, die der Horst vorher beschrieben hatte, im Holz in den Whisky reinbekommt. Und der hat dann auch so eine richtig kräftige Farbe. Haben wir in Schottland auch, aber ein bisschen weniger. Der reift, deswegen reift auch der schottische Whisky ein gutes Stück länger. Die haben alle so Altersangaben, zwölf Jahre, 15 Jahre. Ja, vielleicht solltest du dazu erwähnen. Bis hoch auf 30, 40 Jahre. Vielleicht solltest du dazu erwähnen, dass die Schotten ja aus geschichtlichen Gründen Fässer mehrfach verwenden. Und damit die ersten zwei bis vier Jahre typischerweise erst amerikanischer Bourbon oder spanischer Sherry die ersten Holzaromen, diese intensiven Holzaromen rausgenommen haben. Und damit dann am Ende weniger rauskommt. Und deshalb muss man es länger drin halten, damit man dann den Rest tatsächlich auch noch rausbekommt. Genau. Und wenn man sich hier so durchschaut, dann gibt es verschiedene Größen an Fassern. Also dieses Fass hier, oder dieses Fass hier ist ein bisschen größer als das hier. Oder da oben liegen Bourbonfässer, sieht man so ein bisschen danach aus, oder? Ja. Und da hinten sieht man dann, ist hier wieder ein größeres Fass. Tendenziell sind die größeren Fässer die Sherryfässer, die aus der Sherryproduktion kommen. Und da ist halt der Sherry noch so ein bisschen im Holz drin. Manchmal auch unten eine kleine Lache noch drin. Und da bekommt man diese fruchtigen Aromen noch in den Whisky dazu. Ja, das war mal ein kurzer Abriss. Wie entsteht Whisky? Und dann gehen wir gleich mal zum nächsten, oder? Das haben wir auch extra die Brennerei Glen Farglis. Hast du schon ein Glas ausgespült, oder? Ich habe ein Glas, ja. Hast du Glast? Okay. Haben wir vor allem dann auch Glen Farglis genommen, weil das eine kleine Brennerei ist, die privat geführt ist. Und dann es nicht industriell zugeht, sondern es richtig schön handwerklich da ist. Was eigentlich bei, ich sage mal, ungefähr der Hälfte der schottischen Brennereien der Fall ist, dass das kleinere sind. Und irgendwann so im Laufe der späten 60er Jahre, glaube ich, war das dann, wo dann der Bedarf an Whisky, an Scotch dermaßen anstieg, dass dann die Brennereien massiv vergrößert wurden. Und mit diesen massiven Vergrößerungen der Brennerei kamen dann auch x Brennblasen. Das gipfelte dann in einer Brennerei. Die hatte 23 Brennblasen. Aber die meisten hier haben dann, sagen wir mal, so zwischen 2 und 6. Und die bringen dann gerade mal so viel Whisky zusammen, wie die Welt es braucht. Und wenn dann zu viel gekauft wird, wird der Whisky teurer. Und wenn zu wenig gekauft wird, wird der Whisky wieder billiger. Hier haben wir gleich mal eine Frage. Ich spüle jetzt mein Glas immer mit Wasser aus. Ist das okay oder muss ich ein neues nehmen? Du hast es ausgespült, oder? Also ich habe jetzt zufällig hier ein neues genommen. Aber ausspülen ist okay. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich gehe normalerweise hin, spüle das mit Wasser aus und trinke das Wasser aus. A ist dann kein Tropfen verschwenkt. Schottische Mentalität. Nein. Im Prinzip Wasser ist immer gut. Wasser ist gegen Durst. Und Whisky nur zum Genuss. Und wenn jetzt nun tatsächlich da ein halber Tropfen überbliebe, vergleichen Sie mal einen halben Tropfen mit dem, was hier drin ist. Das sind, ich sage mal, mindestens 500 Tropfen. Also es wäre 1 zu 1000. Da ist dann nicht mehr so wirklich viel von dem ersten Whisky zu spüren. Wo Sie aufpassen sollte, ist mit Wasser ausspülen und nicht mit Spülmittel. Mit Spülmittel wird es dann schwierig, weil die haben solche Glanzspüler und Zeug, was die Oberfläche veredeln soll, dass es dann schön glänzt und so. Also alles richtig, richtig schwierig. Nein, nehmen Sie Wasser. Es gibt noch zwei Effekte dabei. Wenn der Whisky, wenn Sie es da stehen lassen, über Nacht trocknen der Whisky ein, dann riechen Sie morgens dran, wenn der eingetrocknet ist. Da kriegen Sie ganz, ganz andere Aromen raus. Oder wenn Sie sagen, nee, ich will am nächsten Tag nicht so viel Mühe machen, mit dem Finger rein, sagen wir mal. Dann gehen Sie hin, spülen Sie am Abend schnell noch aus, stellen Sie es verkehrt rum auf ein Handtuch und gut. Ja, jetzt kommt die Frage mal, was ist denn das hier für ein Cask-Stranks und warum mussten Wasser bereitstellen vorher und wo sind die Eiswürfel? Und wo ist die Cola? Wir haben im Prinzip Whisky im Fass, der wird typischerweise mit 63,5 Volumenprozente branchenüblich in Schottland eingefüllt und über die Jahre verdunstet Whisky durch die Fass, die Poren der Eichenfässer an die Umgebung und damit sinkt der Alkoholgehalt über die Jahre. Aber wenn jetzt so ein Whisky zehn Jahre alt ist, dann sind da immer noch, ich sage mal, 58, 59 Volumenprozente Alkohol drin. Und wenn man den jetzt direkt probiert auf der Zunge, dann ist der Alkohol so scharf, man verbrennt sich die Zunge und vor allem ist Alkohol wasseranziehend und damit entwässern Sie Ihre Zunge. Das mögen die Geschmacksknosten gar nicht, das paralysiert die Zunge. Alkohol ist zusätzlich, Entschuldigung, ein Nervengift, dass man es wirklich nur in kleinen Dosierungen verwenden sollte. Und dann die Frage mit dem Eis nochmal, am Anfang habe ich das schon gesagt gehabt, bloß kein Eis, weil dann verdunstet aus dem Whisky die verdunsten aus dem Whisky keine Aromenstoffe mehr. Und deshalb muss der warm sein. Wenn Sie jetzt nach der ganzen Probiererei sagen, der Geschmack vom Whisky passt mir nicht, dann gehören Sie zu denen, der Gruppe Menschen, die sagen, Whisky ist nichts für mich, ich möchte die Wirkung haben und ich möchte das Ding eiskalt trinken. Aber im Prinzip Ihnen vergeht oder Sie verpassen so viel an Aromen, wenn Sie den Whisky kalt lassen oder kalt machen extra, ist dann schade um den Whisky, da können Sie dann auch einen deutlich billigeren nehmen. Fassstärke wären also jetzt höhere Prozentsätze und der hat jetzt hier 105 Proof, steht also vorne drauf, 105 Proof. Und das sind jetzt nicht die amerikanischen, sondern die schottischen Proof, das ist ein altes imperiales System. Ungefähr 57% war 100 Proof. Hat man mit Schießpulver damals festgestellt, aber man hat also den Whisky mit Schießpulver vermischt, hat ihn angesteckt und wenn es richtig Puff machte, dann war er Overproof. Und wenn er so ein bisschen abbrannte, dann war er Underproof. Und in der Mitte, wo es dann gerade so losging, war er Proof, war er geprüft, war er gerade richtig. Und das hat sich dann später herausgestellt, als man das wirklich messen konnte. Das waren 57, 750,1, sagen die Leute. An der Alkoholzahl ist dann immer ein Gesetz, ist jetzt, glaube ich, auch festgelegt worden. Und alle 5 Volumenprozente Alkohol, nein, alle 3 Volumenprozente Alkohol sind 5 Proof. Das heißt, auf die 57 Proof zählen wir jetzt 5 Proof. Auf die 57, ja, ja, britisch, ist schon klar. Zählen wir 3 Proof drauf. Und das sind dann, ja, ich bin jetzt schon am Flughafen vom Bahnhof, ne? Kann man alles googeln. Nee, also, und bei den Amerikanern ist es ganz einfach, bei denen ist Proof immer das Doppelte. Immer das Doppelte. Nee, hier, 100 Proof sind also 57%. Jetzt tun wir 3% drauf, das sind die 60, die der Glen Fagless hat. Dann sind es 105 Proof. Also 5 Proof sind 3 Volumenprozente Alkohol. Genau. Hier steht jetzt Cask Strength drauf. Stimmt aber nicht. Ist theoretisch jetzt nicht direkt Cask Strength, aber der ist sehr wenig verdünnt. Und das Schöne daran ist, Wasser darf man schon, ich habe hier sogar noch, da ist noch genug Wasser. Wasser darf man in den Whisky schon rein machen. Also vor allem bei hochprozentigen Whiskys. Was dann passiert, ist, es ändert sich das Lösungsverhalten. Also der Alkohol im Whisky, der löst die Geschmacksstoffe. Und wenn man jetzt Wasser dazu macht, dann verändert sich das Alkohollevel. Natürlich, es sinkt. Und das setzt andere Geschmacksstoffe frei. Und das nennt der Schotte, eröffnet den Whisky. Hast du schon rein? Ich habe noch nicht rein. Denn zuerst mache ich es immer so, ich rieche ihn in voller Stärke. Da muss man sich dann, genau, da muss man sich dann im Prinzip erstmal an den Alkohol gewöhnen. Und dahinter findet man jetzt schon so eine fruchtige Komponente. So richtig leichte Süße, aber die Frucht ist ein bisschen dunkler. Das ist also ein typischer Sherry, fast gereifter Whisky. Jetzt habe ich richtig Frucht. Also was tendenziell passiert ist, wenn man Wasser reinmacht und den Whisky öffnet, wird er meistens fruchtiger. Kann aber auch andersrum passieren. So, und dann, bevor man probiert, gebe ich dann Wasser zu. Und zwar sollte man hier schon, im Prinzip um die 40% zu erreichen, sollte man ungefähr die Hälfte, die Hälfte an Wasser zugeben, was man drin hat. Und dann bilden sich Schlieren. Und während sich Schlieren bilden, kommen diese Aromastoffe frei. Die kann man jetzt wunderbar daran erriechen. Also ich habe richtig schön frische Apfel, frische Birne. Genau, jetzt sind die Früchte nicht mehr so dunkel, sondern sie sind leichter. Aber richtig, richtig heftig. Und wir haben auch schon ganz schön heftig Leute, die was erzählen. Julian Brecker, Cassis. Das Marzipan kriegt man öfter bei solchen Sherry fast gereiften Whiskys. Manuel Mayer, Lakritz. Lakritz, aber normalerweise erst nach dem Probieren. Ne, 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 schon probiert. Nurkan Ernst, Birne mit Salz. Salz kann in diesem Whisky nicht drin sein. Das ist eine uralte Diskussion. Wenn Whisky salzig ist, weil der ist destilliert und die Ionen würden zurückbleiben, der kann nicht salzig sein. Und aus der Luft, Glämpfark, das liegt hoch in der Space Side, kommt auch kein Salz hin. Im Prinzip, das ist eine Erinnerung an Salz. Das ist ein Salzgedanke. Nehmen Sie mal einen Salzstreuer, tun Sie zwei Körnchen Salz rein, probieren wieder, der ist versalzt. Das schmeckt furchtbar. Das haben wir auch schon mal gemacht. Haben wir auch schon mal gemacht. Konstantinus Mastratonas, Birne. Ja, ganz viel. Krass, wie anders der alleine riecht mit etwas Wasser. Ja, also das finde ich immer wieder beeindruckend. Marzipan, habe auch dazu dunkle Kirsche. Ja, vorher gab es auch eine Diskussion, dass da eine Menge Kirsche drin ist. Ja, also das ist wirklich ein... Boah, ich habe hier richtig viel Wasser rein getan, aber ich bin noch bei 50. Also der hat mehr Alkohol als andere Fassstärke-Whisky, die schon älter sind, die schon runter sind. Also die 60 muss man heftig runter verdünnen. Und jetzt habe ich den gleichen würzigen Eichengeschmack im Mund, den ich vorher in Art und Weise bei jeder Dauer hatte. Aber ich habe mehr Fruchtkomponente dabei. Und wenn Sie sich jetzt hier überlegen, diese Flasche ist jetzt nicht 0,7, sondern ein Liter. Das ist die einzige Liter Flasche, die wir hier dabei haben. Und jetzt können Sie noch mal zur Hälfte mit Wasser verdünnen. Dann geht da richtig viel raus. Und dann wird dieser Whisky also auch preisgünstig. Schöne Sache. Abgang ist aber jetzt nicht so bitter. Und die Lakritze habe ich jetzt im Abgang ja noch nicht wirklich. Denn die Lakritze ist ja gekochtes Süßholz und hat dann so einen Hauch zur Bitterkeit drüber. Also ich habe ihn jetzt am Anfang im Mund, habe ich ihn auch ziemlich fruchtig und süß. Aber wenn man runterschluckt, merke ich jetzt auch diese ganze Würze mit einem guten Stück Eiche. Ganz leichte Pfefferkreid drin, aber eher so ein weißer, roter Pfeffer. Lecker. Aber man merkt schon immer noch kräftiger Sherry Whisky. Was habt ihr denn alles im Glas? Jetzt sehen wir hier, dass ich mir eine Pipette da das zugefügt habe. Das mache ich normalerweise nicht. Ich mache das jetzt, weil Bennet die Pipette da drin hat. Normalerweise gieße ich ganz vorsichtig nach. Oder ich nehme einen Teelöffel und du dann ein bisschen mit einem Teelöffel das Wasser dosieren. Teelöffel ist relativ praktisch. Teelöffel ist praktisch, wenn man so eine Pinzette, wollte ich schon sagen, Pipette nicht zur Hand hat. Iran Gaming. Backobst. Ja, das habe ich auch öfters. Mit Wasser gibt es eine schöne Trübung. Ja, das liegt. Ich habe nicht genug reingetan. Du hast nicht genug reingetan. Ja, ich bin immer einer, der... Ich trinke auch gerne Kask-Spranked Whisky. Puh. Und zwar, was wir jetzt hier haben, die Lösungsfähigkeit des Alkohols nimmt so weit ab, dass sich leichte Trubstoffe da drin zusammenballen zu sogenannten... Oh Gott, wie hießen die Dinger? Mizele, glaube ich. Und die bilden jetzt diesen Niederschlag. Und jetzt gibt es manche Whiskys, die werden jetzt kalt gemacht, dann trübt der nochmal extra und werden dann durch den Filter gepresst. Dann sind die glasklar und auch, wenn man dann nachher verdünnt oder dann, was man nicht machen sollte, mit Eis probiert, dann werden die nicht mehr trübe. Ja, mit Eis werden manche eben trübe, aber... Und dann sagen die Leute halt, uh, das ist ein Schlechter, der ist trüb geworden. Ja, aber die Experten sagen, wenn der Kühlfiltriert, dann nimmt man was raus aus dem Whisky und die schmecken dann auch nicht mehr. Also, ja, Kühlfiltriert. Ich bin da mal... Also, wenn ihr irgendwo mal Flocken im Whisky drin sind, habt ihr einen nicht kühlfiltrierten Whisky. Der ist wirklich gut. Aber ihr solltet die Eiswürfe nicht reintun. So, was haben wir denn hier? Daniel Kunzsch. Genau, Backpflaume habe ich auch. J. Lohaus. Trockenfrüchte Sherry. Wunderbar voll. Flöte 69. Gebrannte Mandeln. Oh ja, also die haben... Ja, doch, gebrannte Mandeln habe ich jetzt auch. Der Tolle. Würzig. Aber wenn man ihn mit Wasser ordentlich verdünnt, dann kommt auch diese Karamellnote wieder durch. Ja. Welches Wasser benutzt ihr da? Ja, das gibt es also bei uns im Shop. Kleiner als das Pfand... Also, um Pfandgesetz auszuweichen, ist es kleiner als 0,1 oder so. Und das ist jetzt Whisky Water of Scotland. Also, das ist wirklich schottisches Wasser. Aber Leitungswasser tut es auch. Leitungswasser... Du brauchst kein Sprudelwasser verändern. Genau. Und beim Leitungswasser ist dazu zu sagen, ah, kann man nicht nehmen. Wir haben so hohen Kalkgehalt. Ha! Achtung! Wie war das bei den Kentucky Whiskys oder bei Tennessee Whiskys? Werden die nicht durch Limestone durchgefüllt? Ja, dieses Bourbon County hat eben eine starke Limestone-Schicht. Das ist im Süden von Kentucky. Also, der Bourbon kommt aus dem ganzen Süden von Kentucky und da ist genau die Grenze zu Tennessee. Und auf der anderen Seite, in Tennessee, gibt es dann eben noch die Tennessee-Brennereien. Die haben einen ähnlichen Boden. Und da wird der Whisky eben durch dieses Gestein gefiltert. Und da hat es sehr, sehr wenig Eisengehalt und sehr, sehr wenig Kalk, oder? Nee, hoher Kalk. Hoher Kalk. Hoher Kalk. Wenig Eis. Wenig Kalk. Also, im Prinzip ist dieser Kalkanteil egal. Aber was Sie nicht haben sollten, ist Hydrogencarbonat. Also, wenn Sie da so ein staatlich-fachinger stilles Wasser haben, A, ist es hochsalzig und B, hat es Hydrogencarbonat drin, das stinkt dann ein bisschen. Also, das sollte man nicht nehmen, aber ich sage mal, 95% der Leitungswasser sind durchaus geeignet. Ansonsten, die stillen Franzosen, Evian, Vittel, das sind, ich nenne es immer die toten Franzosen, weil die nur noch gar nichts mehr schmecken. Oder auch ein bisschen destilliertes Wasser vom Wäschertrockner. Geht auch. Aber gute stille Wasser aus dem Netto. Ja, Trockenobst, Feigen, Datteln, dazu im Abgang leichte Bitterkeit wie eine Walnuss. Genau. Die Nussigkeit aus den Sherryfässern. Eindeutig da. Die Walnuss ist ja auch so eine leichte Schärfe, hat die Walnuss. Mhm. Ja. Und da, wenn man jetzt, wir merken schon, also es sind wirklich difficile und feine Geschmäcker drin. Wenn man da Cola reinkippt, tut es nicht. Das schmeckt. Man schmeckt da einfach Cola mit einer leichten Alkoholnote. Also. So, kommen wir durch. Kommen wir durch. Kommen wir zum nächsten. Genau. Wir kommen gleich zum nächsten. Sollen wir dann 46? Ja, wir sollten gleich zum nächsten ausgehen. Das ist jetzt ein Highland Park. Highland Park ist eine Brennerei. Ich war leider noch nicht da. Du warst schon da. Ist eine Brennerei aus dem hohen Norden. Von der Isle of Orkney. Von den Orknays. Orknays. Das ist eine Brennerei, das ist nicht eine. Genau. Der Highland Park stammt zwar von der Hauptinsel, das Orkney, Archipels. Und ist eine der Brennereien, die sogar aus dem 18. Jahrhundert stammen. 1700 Tobak haben die hier draufstehen. 1798. Und sind wirklich remote, sind also weit weg von allem. Ich bin da mal mit dem Kreuzfahrtschiff da gewesen. Ich rieche immer am Korken, weil es beim Whisky genauso wie beim Wein hin und wieder mal einen schlechten Korken gibt. Aber ungefähr Faktor 10 weniger als beim Wein. Also 1 zu 2000, sagt man, hat man einen schlechten Korken. Ich rieche dran. Und vor laufender Kamera habe ich noch nie, noch niemals einen gehabt. Reicht dir das? Reicht mir. Ich hatte vorher zu viel im Glas schon drin. Okay. Und ja, ist also eine Insel und hat natürlich dann ein sehr, sehr Seeklima auf der Insel. Ja. Und vor allem auf der Insel, die weit weg, und da war jeglicher Transport dorthin, war sehr teuer. Darum haben sie im Prinzip immer lokale Gerste verwendet. Und darum hat Highland Park auch noch eine lokale Melzerei vor Ort. Wo es aber nur noch, ich sage mal, glaube ich, ein Drittel oder so herstellt. Ein Drittel ist aber viel. Wäre viel, ja. Es gibt immer noch so ein paar Brennereien, wo ich jetzt vorher gezeigt habe, zum Beispiel LaFroik, die benutzen auch so 10, 15, 16 Prozent sowas. Aber es gibt nur wenige Brennereien, die traditionell 100 Prozent mit Molting Floors arbeiten. So, und da draußen war es halt auch immer teuer, Brennmaterial da hinzubringen. Die Seefahrer vom britischen Empire haben also dort alle Eichen längst gefällt gehabt. Und wie wolltest du jetzt dort im Prinzip heizen, die Brennblasen? Darum haben sie Torf dazu genommen. Und mit diesem Torf hat man dann auch zum Darren der Gerste, nachdem sie gemelzt wurde, um sie ein bisschen haltbarer zu machen, dass man sie nicht unmittelbar sofort verbrauchen musste, hat man also auch Torf hergenommen. Und das bringt die rauchige Note in den Whisky. Genau. Da werden wir dann gleich im Anschluss drauf eingehen. Und das ist das Erste, was man hier jetzt gleich in der Nase hat. Man hat einen zarten Rauch. Das ist jetzt noch nicht so eine Stinkbombe wie manche andere von diesen extrem rauchigen Whiskys in Schottland. Aber das ist schon... Okay, wir haben Lars Pappenberg. Leder und Rauch. Ja, genau. Frank E. Ein wenig Rauch, Honig, Heidekraut. Das Heidekraut... Larien 85 riecht nach Medizin. Das Heidekraut ist eine Komponente, die man öfter in Schottland riecht. Und das hängt jetzt sehr stark auch davon ab, welchen Torf man da verwendet. Ob man hier jetzt den weniger alten Torf verwendet, der noch eine höhere, krautigere Note hat. Oder ob man jetzt schon einen sehr alten nimmt, der schon sehr stark gepackt ist, der schon in Richtung Braunkohle geht. Brolord. Schinke. Der Schinken kommt ganz typisch aus dieser Räuchernote raus. Das ist immer interessant. Es gibt mehrere verschiedene Räuchernoten. Also hier hat jemand den Schinken erwähnt. Den habe ich auch öfters. Hier jetzt nicht ganz so stark. Dann gibt es so ein bisschen die angebrannte Note. Dann gibt es so dieses Phenolische, Medizinische. Das war vorher mit Medizinisch. Ja, ganz leicht. Dann gibt es noch so ein bisschen Lagerfeuer. Also es gibt verschiedene rauchige Noten. Muffig und rauchig. Lars Pappenberg, leichte Süße. Konrad Fastermeier, sehr leichter Rauch. Also wir haben... Der Rauch ist doch gut von den Verkostern hier. Was sagen die bei Highland Park, wie viele PPM haben die? Ja, so richtig sagen tun sie es nicht. Aber ich schätze ihn immer so auf 10 bis 15 PPM. Wobei 15 eigentlich zu hoch gegriffen ist. So 7, 8 wäre zu niedrig gegriffen. Also irgendwo um die 10 sollte er haben. Und PPM heißt Parts per Million, also Teile pro Million. Das sind Rauchteile pro Million. Und damit spezifiziert man das Malz, wenn es hergestellt wird. Was nachher im Whisky ankommt, ist ein Bruchteil davon. Weil bei der Destillation natürlich auch eine Menge zurückbleibt. Und beim Reifen sich eine Menge vom Rauch noch in höher oxidierte Aromen verwandelt. Du lachst. Ja, da meint er so, haha Schinken, was für ein Blödsinn, dachte jemand. Und dann steigt der Herr Lüning ein. Ja, die Geschichte ist mit Geschmäckern, sagt man auch, ist Geschmackssache. Also bei mir ist es ganz schlimm, wenn ich sage, oh ja, da ist bestimmt Schinken drin. Dann habe ich total den Schinken drin. Ja, ich kann mich selbst beeinflussen. Wenn der andere schreibt, Blödsinn, dann kann es natürlich sein, dass er den guten Serrano-Schinken, der luftgetrocknet ist, meint. Den hat er natürlich nicht. Sondern man muss dann schon hier einen Geräucherschinken nehmen. Mein Nachbar fängt dann zu bohren. Ich höre nichts mehr. Oh, schade. Ah, aber klasse Whisky. Der hat jetzt 35 Cl, äh, nicht 35, ja, in kleinen Fall, aber er hat nur 40 Volumenprozente. Und damit ist er vom ersten Antritt her sehr weich. Aber auch dann im Geschmack kommt mehr. Aber das ist jetzt nach so einem hochprozentigen Whisky, der, ja, den man vielleicht nur auf 50 runter verdünnt hat, jetzt ein 40er hinterher. Da schmeckt alles erstmal ein bisschen wässrig. Und der richtige Ratschlag dafür ist es, den höherprozentigen nach hinten zu nehmen. Aber dann hat man hier noch den Rauch übrig, der da drin ist. Also die sind an dieser Stelle ein bisschen schwer miteinander zu vergleichen oder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Was aber immer hilft, ist einen zweiten Schluck zu nehmen. Weil das addiert auf der Zunge drauf. Ich habe ihn jetzt auch relativ sanft. Jetzt beim Runterschlucken habe ich ein gewisses Raucharoma. Und auch eine gute Menge an Sherry. Das ist doch schon eine schön ausgeglichene Sache. Das ist beim Whisky, wird dieses Spiel oft gemacht mit einer gewissen Süße und einer gewissen Rauchigkeit. Und da kann man so eine Balance fassen. Und dann hat man es, ist jetzt nicht wie süß-sauer, aber es ist ähnlich süß-sauer, wo man sagt, süß-rauchig. Und das ist typisch für viele Whiskys. Gibt es öfters, aber ich finde es einfach klasse. Dieses Spiel aus Süß und Rauchig finde ich super geil. Jetzt nach dem zweiten Mal ist die Süße, bleibt im Mund hängen. Die bleibt drin. Der Rauch schlägt sich auch so langsam nieder am Gaumen. Ja, und die krautige Note ist auch da, dass also praktisch die Würzigkeit so ein bisschen ins Kraut übergeht. Markus Retzer. Ich habe eher eine leichte Lagerfeuer-Rauchnote. Im Geruch war deutlich mehr Sherry und Eiche zu vermuten, als der Geschmack zeigt. Im Abgang ist die Eiche schwach. Ja, ich fand den im Geruch auch ein bisschen heftiger. Schmeckt laut meiner Frau nach Gummibärchen. Das haben wir auch öfters wieder. Die Gummibärchen kommen öfter, ja. Das ist also keine Ausnahme. Streichholznote. Süß, würzig, elegant und milch. Die Streichholznote, das ist ja so dieser leichte Schwefelfosphor. Da gibt es hin und wieder eine Schwefelnote in einem Whisky, die sehr empfindliche Zungen oder Nasen bemerken. Und zwar werden ja Sherryfässer hin und wieder geschwefelt. Darum stehen ja auf diesen ganzen barrikgereiften Weinen und auf dem Sherry hinten drauf enthält es Sulfite. Und diese extrem schwachen Schwefelnoten, die sind von manchen zu spüren und dann sagen sie, das ist Streichholz. Also das gibt es vor allem dann zusammen mit dieser Rauchnote, so ein frisch angezogenes Streichholz ist dann zum Teil, gut, die modernen Leute, die haben alle Feuerzeuge, also die wissen nicht mehr, was ein Streichholz ist. Ananas habe ich im HP immer. Ich glaube, das handelt sich nicht um ein Anfänger hier. Du Manns 1. Ja, HP ist dann die Abkürzung für Highland Park. Finde den Rauch sehr sanft. Ja, das ist es also wirklich einer der, wie soll man sagen, ja, Einsteigerrauchigen Whisky's. Darum haben wir ihn extra da hingenommen. Dass der also jetzt nicht so, wenn jetzt der Erste schon sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das brauche ich jetzt überhaupt nicht, dann lasse sie die Letzte zu, haben sie ein Geschenk, so ein Nachtragiges Weihnachtsgeschenk, weil der wird dann vom Rauch noch ein bisschen stärker. Ja, also von mild zu stark geht der immer. Genau. Okay, dann geht es weiter. Jetzt erkläre ich euch mal, worum es beim Rauch geht. Und das hier ist ein, wer es kennt, ist ein Ballentorf oder ein Stücktorf. Und das ist im Grunde biologische Masse, also im Grunde Gras, Wurzeln und auch Heidekraut und auch gerne mal was, was ein Schaf hinterlässt. Und das wird im Moor, versinkt das und wird unter Sauerstoffabschluss, also kein Sauerstoff, wird das Ganze zersetzt und beginnt langsam in den Prozess zur Kohle überzugehen. Und Torf ist das Produkt zwischen Biomasse und Kohle. Also es ist noch nicht ganz richtig Kohle. Und dieser Torf wird dann gestochen, aufgeschichtet, weil im Moor ist es feucht und der ist extrem feucht und wird dann getrocknet. Und dann wird der verbrannt. Und hier sieht man so ein Torffeuer. Das wird dann angezündet und brennt dann auch lichterloh. Was man dann macht, ist, man nimmt einen Gartenschlauch und spritzt das ganze Ding ab, bis es nur noch raucht. Und das auch sehr großzügig. Und dann entsteht ein richtig, richtig dicker Quarz. Quarz. Also so richtig, also wenn man da rein langt, der ist auch kühl. Also es ist kein heißer Rauch, sondern ein kühler Rauch. Und der ist richtig dick. Also es ist schon so fast seidig, wenn man da reinpasst. Ja, vielleicht sollte man da jetzt nochmal den Unterschied zwischen Rauch und Dampf machen. Wenn man also mit dem Schlauch da reinspritzt, wird aus dem Wasser Dampf. Dampf, aber die nicht richtig oder vollkommen verbrannten Torfreste ergeben Rauch. Und damit ist der größte Anteil Rauch und nur der kleinere Anteil ist Dampf. Denn wir wollen ja mit diesem Rauch, dass die Gerste oben drüber dann trocknen. Genau. Also es ist ein gewisser Teil Dampf dabei, aber es ist zum großen Teil ist es Rauch. Und natürlich nochmal, Rauch sind feste Teilchen in der Luft. Dampf sind Tröpfchen in der Luft, Flüssigkeit in der Luft. Das eine ist Wasser und der Rauch sind sogenannte Phenole. Da kommen wir später noch ein bisschen dazu. Und so sieht dann der Trocknungsboden aus. Da wird das Ganze dann ausgebreitet. Und dann steigt dieser Quarz auf und dieser Rauch und trocknet damit das Gerstenmalz. Und ein Whisky zum Beispiel wie der Edra Dower hier vor mir oder der Glenfarkless, die nutzen dafür ein nicht rauchiges, sondern einfach nur ein heißes Gasfeuer. Und eben Heißdampf. Also nicht Dampf, sondern Heißluft. Und trockensüber Heißluft. Und die anderen machen das eben mit rauchiger, heißer Luft. Und dadurch kommen eben diese Phenole und diese Rauchstoffe an das Malz ran und gehen in das Malz rein. Und das ist dann wirklich rauchig. Also wenn man dieses Malz isst, das schmeckt extrem rauchig. Vielleicht gibt es unter euch ein paar Bayern oder irgendjemand, der schon mal in Bamberg war. Da gibt es ja dieses Rauchbier, das Schlenkeler. Da gibt es auch das Malz, was man probieren kann. Das schmeckt auch extrem rauchig. Die haben wir bei Buchenholz und wir nehmen Torf. Und ja, da sind wir ein bisschen zu weit. Und ja, so entsteht dann der Rauch. Und wie man den ganzen Mist ist, wie man das ganze Mist ist, man nimmt die Phenole. Mist ist es. Wie man das ganze Mist ist, ist der Phenolgehalt in ppm, also in Parts per Million. Da rechnet man also, wie viele Partikel pro Millionen Partikel hat denn dieser Whisky. Und da sagt man, hier beim Highland Park sind es so 10, 15. Ja, Vorsicht, das ist das, was das Malz hat, nicht der Whisky. Was es Malz hat. Malz hat. Durch die ganze Reifung und so weiter ist man sicherlich noch Faktor 10 so noch drunter. Und die Talisker sind dann sogar noch ein Stückchen höher. Und dann gibt es auch noch Whiskys in Schottland. Was haben wir denn? Hier, Kalila. Kalila. Da gibt es dann Whiskys, die um einiges raucher sind, rauchiger sind. Da gibt es die richtigen Whiskys, die sind dann so mit 40 ppm, die sind dann aber schon richtig rauchig. Also da muss man dann wirklich den Rauch mögen. Ja. Aber Talisker hat auch noch eine Besonderheit. Talisker ist ein Whisky, der ist sehr würzig. Das liegt dann zum größten Teil an der Destillation, sagt man, dass die ein bisschen rassiger gebrannt werden, dass da noch gut von diesen Stoffen sind. Auf den Leinarm, den du vorhin gezeigt hast, der hat bei Talisker so eine Absenkung und dann noch mal eine gerade Führung. Also jeder schwört da auf was anderes. Aber wichtig ist halt, wenn diese Brennblase irgendwann mal nach 50 Jahren verschlissen ist, weil der Alkohol im Prinzip die Oberfläche oder die innere Oberfläche der Brennblase abträgt, dann muss man sie genauso wiederherstellen, wie sie war. Die Konstruktionszeichnungen werden sie also aufgespart, denn sonst anschließend würde der Whisky einfach anders schmecken. Boah, da ist schon Rauch drauf. Hast du ein Glas? Ich muss mal das ausspülen, mach du mal deins. Ich hatte doch noch ein Glas. So. Ich finde das immer putzig, wenn Sie da einen Korb drauf haben auf diesen kleinen. Wenn Sie dieses Video später ansehen, sei gesagt, diese Sets, die großen Flaschen, diese mittleren Flaschen, die wir haben und auch ein kleines Miniatursortiment aus vier Miniaturen mit jeweils 0,05 Litern gibt es bei uns bei whisky.de im Shop. Und da können Sie im Prinzip sich dieses Set noch eine ganze Zeit lang, nachdem wir hier verkostet haben, dann nachbestellen. Ansonsten ist es immer gut, wenn man eine gut gefüllte Bart, da wird man sicherlich ein oder zwei davon finden und da muss man die anderen zwei noch nachbestellen und dann geht das schon. Oh, da kommt der Erste. Ben, was sagst du? Chili Catch oder Pfeffer? Die übliche Diskussion. Die übliche Diskussion. Und da kommt auch schon die Erste. Nur Kahn. Ich rieche Pfeffer. Also einer von der Pfeffer-Fraktion. Also um das mal aufzuklären, man sagt zu diesem Whiskys, zu dem Talisker, der hätte einen Chili Catch. Das Chili ist modern. Ganz ehrlich, in der Nase habe ich nur Pfeffer. Also in der Nase bin ich definitiv auf der Pfeffer-Seite. Ach so, du machst jetzt einen Kompromiss im Geschmack dann den Chili. Weiß ich nicht. Und dieser Chili, der so in ist in der Küche momentan oder vielleicht war, die Hype ist vielleicht schon leicht vorbei, da kam es her, oh, der schmeckt nach Chili. Und die klassische Fraktion sagt, nee, das ist scharfer Pfeffer und gut, je nachdem, das Gehirn hat ja auch noch Spügelneuronen, da kann man dann, wenn einer sagt Pfeffer, dann sagt er, oh ja, Pfeffer. Und hätte ich ihm vorher gesagt Chili, dann sagt er, oh ja, Chili. Also da ist das Hirn in gewisser Weise anpassungsfähig an das Gegenüber. Und wenn jemand sich seine Meinung gebildet hat und dann kommt man erst auf den anderen, dann sagt der eine Chili, der andere sagt Pfeffer und dann ist es eine Philosophie-Frage. Was hast du? Irgendwie haben schon zwei Leute gesagt, ich hätte Flecken auf dem Kragen. Habe ich da einen? Ich glaube eher, dass das das Knopfloch ist hier. Oder ein Schatten. Was die Leute meinen. Okay, der Talisker 10 riecht und schmeckt voll nach gebackener Banane. Rübenkraut, ganz verrückt, aber es ist da. Senföl. Also jetzt haben sie ganz schön viele. Also zu allererst mal, es ist ganz deutlich der Rauch da. Und dazu habe ich eine Zitrusfruchtnote. Diese Zitrusfruchtnoten, seien es Zitronen, sei es Limetten, Limonen, Grapefruit, Orange, Saftorange, Clementinen. Diese Zitrusfruchtnoten sind sehr, sehr weit verbreitet unter den Whiskys. Und hier an dieser Stelle habe ich jetzt eine ganz normale zitronige, ja, muss ich sagen, zitronige Süße ist komisch, weil Zitronen normalerweise sauer ist. Aber ich habe so eine zitronige Note mit dem Anschluss mit der leichten Süße. Also ich habe, naja, du interpretierst es jetzt als Zitrone. Ich habe so diese, diese Frische interpretiere ich als Meeresfrische. Bisschen gepaart, so ein bisschen mit dieser Phenoliknote, bisschen Rauch. Den Rauch ganz deutlich, ja. Rauch ganz deutlich und eben auch noch dem Pfeffer. Definitiv noch dem Pfeffer. Also ich bin noch, ich komme noch gar nicht so mit, mit der Würzigkeit. Sehr wenig süß finde ich ihn. Ich finde ihn jetzt wirklich, also ganz wenig süß. Also ich habe auf keinen Fall den Pfeffer. Ich habe so im Anflug vielleicht so einen Hauch von Eiche. Aber Pfeffer habe ich noch nicht. Ich habe keine Schärfe in der Nase. Rauchig, aber er brennt in der Nase. Fruchtig, okay, da hat wirklich jemand Fruchtig. Ich finde, der schmeckt nach Granatapfel. Ja, genau, Granatapfel hat auch diese leicht säuerliche Süße. Säuerliche Note. Und hier haben wir noch schöne Süße, etwas Orange, etwas Banane, wenig Rauch, eher Seeluft, etwas Pfeffer. Von Maximilian Rotmüller. Ich habe keine Schärfe in der Nase. Habe ich auch nicht. Jod, Rauch, Meeresbrise. Ja, also der ist wirklich... Je länger man ihn in der Nase hat, umso mehr kommt die Meeresbrise, ne? Ja, mehr kommt die Meeresbrise, definitiv. Und der ist jetzt von der Isle of Sky. Das ist eine kleine Insel vor der großen Great Britain, also der größten britischen Insel. Hat aber mittlerweile, glaube ich, eine Brücke. Von Karl auf Lachaus, wo man früher mit der Fähre gefahren ist, gibt es jetzt eine Brücke. Und jetzt, jetzt habe ich die pfeffrige Würze im Mund. Ich gehöre also auch zu der Pfeffer-Fraktion. Auch wenn ich öfter mal im Video Chili gesagt habe, eigentlich gehöre ich zur Pfeffer-Fraktion. Liegt wahrscheinlich aber daran, dass ich verschiedene Pfeffer probiert habe. Und die Chili sind mir, wenn sie nicht stark verdünnt sind, immer zu scharf. Und deshalb verbinde ich mit Schärfe, mit Chili-Schärfe normalerweise keine positiven Assoziationen. Und mit Pfeffer verbinde ich positive Assoziationen. Und damit habe ich jetzt hier... Und trocken wird es im Mund. Also im Geschmack ist er intensiv mit einer guten Menge an Rauch. Boah, rauchiger, als ich in Erinnerung hatte. Und ich kann es verstehen, warum die Leute Chili-Catch haben. Er hat so ein leicht angreifendes, wo du merkst, er geht so ein bisschen auf deine Zunge ein. Leicht, würde ich sagen, Chili-Catch an der Seite. Aber... Die Chili ist ja noch definiert mit... Sörensen, nein, wie heißen die? Skuville. Und wie viel hat er? Ja, fast nichts. Also ich bin schon der Meinung, dass er einen Chili-Catch hat. Aber ich finde auch, dass er einen Pfeffer-Touch hat. Also einen guten Pfeffer-Touch. Vielleicht ist es rote Pfeffer, schwarzer Pfeffer. Zang, Pampelmuse und Gischt von Sepp Blatter. Oh, Bacon. Pikant. Explosiver Abgang. Ja, der Abgang ist pikant. Hefter, ne? Also der hat was. Wie viele Entdrehungen hatten wir eigentlich? 45,8. Alle Taliske, die nicht Fassstärke sind oder die nicht hohe Prozente sind, haben 45,8. Das ist nicht irgendwie ihr Breitengard oder irgendwie sowas? Nein, das war der 57er. Ach, simpel. Die liegen auf 57er. Der Rauchgehalt wird jetzt, je länger man den probiert in der Nase hat, wird dieser Rauchgehalt höher. Und dieser Rauchgehalt, würde ich mal sagen, liegt so bei 20 ppm. 20, maximal 25. Wenn man da so weiter raus auf die Inseln geht, wird es also deutlich rauchiger, dann wird es also deutlich heftiger. Aber der ist noch im Rahmen. Dennoch möchte ich nach diesem Taliske jetzt nicht zurückgehen und noch einen Edwardauer probieren. Weil das wäre Perlen für die Säure. Also wenn man jetzt den im Mund hat, dann hat man einen gewissen Rauch und dann würde man einfach den Edwardauer nicht so richtig schmecken. Also für meinen Dafürhalten wirklich immer vom wenigsten Rauchigen zum höchst Rauchigen gehen. Und dann im Prinzip vom niedrigen Alkoholgehalt zum hohen Alkoholgehalt. Also 40, 40, 45, 8 und ihn halt nur verdünnt runter auf 43 ist es dann okay. Also wir haben ihn extra dazugenommen, auch wenn er hier in die Sequenz jetzt nicht so wirklich reinpasst, um ihm zu zeigen, dass es mit diesen hochprozentigen Whiskys auf sich hat. Und dass man hier also wirklich verdünnen muss. Und auch, wem jetzt der Taliske mit 45,8 zu stark ist, auch da ein paar Tropfen oder einen Teelöffel Wasser rein, wirkt Wunder. Macht eben ein Stückchen Früchtiger. Früchtiger, gibt ganz andere Aromen frei. Manche Whiskys geben aber mehr Rauch frei, weil dann die Raucharomen nicht mehr so gelöst werden können. Also das ist das Schöne, der ganze Spielrahmen, der sich hier ergibt. Im Mund eher Chili als Pfeffer. Chili, weil eher in Richtung Paprika von Maximilian Rothmüller. Da ist einer von der Chili-Fraktion dabei. Da riecht man Meeresbrieße, aber im Abgang süß. Als Abschluss noch ein Oktomor von Lars Pappenberg. Steht da? Ich habe zwei Oktomoren. Ich finde die klasse. Also jetzt hatten wir so 15 ppm, vielleicht hat er 20 ppm. Ja und der Oktomor, der hat 300, 270 und der andere hat 300. Aber die Sache geht nicht linear, das schwächt sich ab. Und ich bin der Meinung, irgendwo bei 100 oder so hat man ein Maximum und dann geht es wieder runter und wird irgendwie anders. Ja, aber er ist komplett anders. Also er hat ganz andere. Aber das ist wirklich für diejenigen, die es richtig brauchen mit dem Torf. So, jetzt machen wir nochmal einen kleinen Recap über die verschiedenen Regionen, die es denn gibt hier in Schottland. So, hier sehen wir also jetzt Schottland. Unten rechts zwischen dem Ocker und dem Orange ist die Grenze zu England. Da wurde in den vergangenen Jahrtausend gekämpft bis zum Gehtnichtmehr. Und diese Grenze hat sich also da so dargestellt. Und die Lowlands sind eigentlich, ja, die Kornkammer Schottlands. Da war das Leben leichter, da waren die hohen Bevölkerungszahlen. Das rote Quadrat ist die Hauptstadt Edinburgh. Etwas links davon, vielleicht drei Quadratabmessungen nach links, da liegt dann Glasgow, die größte Stadt Schottlands. Und zwischen diesen beiden Metropolen ging es ab. Da tanzte der Bär und von dort aus regierten die Könige. Und deshalb wurde in den Lowlands im Prinzip der Alkohol hergestellt, der kürzeste Weg zu den Verbrauchern. Und in den Highlands nördlich davon, da war es sehr unwegsam. Und vor allem konnte man dort keine Steuern erheben. Weil der Taxman nicht vorbeikam. Weil der Taxman nicht vorbeikam. Und deswegen hat man gesagt, naja, machen wir so wie heute, verbieten wir. Ob man das Gesetz durchsetzen kann oder nicht, steht auf einem ganz anderen Papier. Da gab es Tausende an Schwarzbrennereien. Und dann kam irgendein König, Edward Alexander... Edward, glaube ich. Edward. Edward, der wievielte? Weiß man nicht. Da gab es mehrere. Genau. Und der hat dann 1823 gesagt, ich möchte meinen Highland Malt haben. Ja, nee, der hat sich dann mal einkommen lassen. Nicht einkommen lassen, der wusste das. Der hatte es schon immer. Aber die haben sich den auch mal kommen lassen, was die Schwarzbrenners machen. Und hat dann gemerkt, verdammt, die sind ja besser. Das ist jetzt die zahme Version. Der hat laut den Quellen, die ich hatte, hat der schon immer Highland Malt getrunken, weil das der bessere war. Und irgendwann hat er gesagt, so, jetzt. Gut. Dann kam auch die Eisenbahn. Dann war auch die Verbindung in die Highlands besser. Dann wurde das erschlossen. Das war das 1823, 1824 und da sind dann alle, alle Brennereien sind 1824 aus irgendeinem Grund gegründet worden, weil es legal wurde. Ja, da hat man dann die Lizenz nicht geholt und vorher waren sie halt illegal und nachher hatten sie halt die Lizenz. Und dann ab da begann der Siegeszug des Malt-Whiskys, der allerdings nach Deutschland sehr, sehr lange gebraucht hat und zwar kam der erst nach dem Krieg. Vorher hat die Aristokratie Cognac getrunken oder gesoffen und der kam dann mit den britischen Besatzern. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam also dann der Malt-Whisky rüber und genauso der Bourbon mit den Amerikanern. So, und das sind also dann die Highlands. Und diesen Highlands gibt es heute, ich sage mal, knappe 100 Brennereien. Und das, was jetzt der Vertreter dafür ist, ist jetzt der Edward-Dower-Whisky. Den haben wir für die Highlands genommen. Und die Highlands sind, was ist so das typische Highlands, sind so die... Einmal die Fruchtnote im Destillat. Aber auch so Heidekraut und solche Geschichten, ne? Genau, mild. Und wem jetzt der Edward-Dower gut gefallen hat, können wir den Glendronach 12 Jahre empfehlen. Der ist jetzt ähnlich dazu. Ja, wir können, ich könnte ihn noch in deine Kamera halten. Ja. Falsche Kamera. So, hier. Glendronach 12 Jahre. Der ist also auch im Sherry-Fass gereift, ist wirklich bezahlbar und ist also eine schöne Ergänzung geschmacklich zum Edward-Dower. Hat auch, hat jetzt 43 Volumenprozente und hat also auch, glaube ich, nicht nur Oloroso-Sherry-Fässer, sondern auch ein Teil, wenn ich mich richtig... Ja, genau. Pädokimines-Fässer. Der Oloroso ist ein fruchtiger Sherry, der Pädokimines ist ein süßer Sherry. Also der geht hier noch ein bisschen leichter von der Zunge. Genau. Die zweite Region ist eigentlich eine Region, warte, jetzt müssen wir mal wieder zurückgehen, ist eine Region in den Highlands. Also da, wo ungefähr das L ist, oder? Ist dann der River Spey und das gibt dann die Speyside. Also all das Wasser, was hin zum Spey fließt und dort liegen die Brennereien, die nennt sich Speyside. Also die Wasserscheide zum River Spey gibt ungefähr die Speyside. Genau. Und in der Speyside gibt es tonnenweise Brennereien. Ja. Und die sind eigentlich dafür berühmt, dass sie ihren Sherry-lastigen Whisky haben. Und wem jetzt hier so diese extreme Sherry-Fruchtigkeit vom, wie heißt er, Glenn Fagless 105 gefallen hat, dem wird jetzt wahrscheinlich auch ein Abelauer gefallen. Kann man aber auch natürlich mit, genau, kann man aber auch natürlich bei unserem Shop einfach auf Speyside gehen und auch schauen mit Sherry-Fast-Lagerung. Schauter ist ja nicht ganz so scharf wie hier hinten. Ja. Haben wir auf mich eingestellt. So, und diesen Abelauer, zwölf Jahre, da gibt es einen Zehnjährigen, da gibt es einen Zwölfjährigen, einen 15-Jährigen, einer meiner Lieblinge, 16-Jährigen, 18-Jährigen und hin und wieder noch was Älteres. Also diese Abelauer-Brennerei ist richtig schön, ich soll mal sagen, gefällig, angenehm und hat einen riesigen Erfolg in den letzten Jahren bekommen. Hätte hier dieser Zwölfjährige wunderbar statt dem Glenn Fagless auch gepasst. Ist aber jetzt kein Cask-Strength, der hat jetzt nur 40%. Ja, der ist auf dem Massenmarkt abgestimmt. Was ist als nächstes an Regionen? Der ist falsche Kamera. Falsche Kamera. Als Region gibt, sind die Inseln. Wir waren jetzt hier oben, das hier sind die Orkner-Inseln und die große ist dann da, wo Highland Park drauf ist. Und dann gibt es hier, das ist Sky, die ist eine der größeren und hier unten irgendwo die Brücke und auf Sky ist dann der Talisker zu Hause und zwar auf der Westseite. Dann gibt es hier unten drunter noch andere Inseln. Das ist Mal, die nächste ist Mal und da drunter, das ist Jura. Genau, das ist Jura und hier der Highland Park, der ist vergleichbar vom Rauchgehalt jetzt mit dem Jura. Und zwar mit dem Superstition. Eigentlich Superstition. Da haben wir leider keine flüsse Tage. Aber wir haben es heute irgendwie verbummelt. Da haben wir den Prophecy mit diesem beobachtenden Auge da drauf. Der ist deutlich rauchiger, aber mit dem Superstition von Jura kommt so ungefähr mit dem Rauchgehalt von Highland Park hin. Ich glaube aber auch, der Superstition ist ein Ticken rauchiger als Highland Park, kommt aber auch von den Inseln. Ganz offiziell sind die Inseln keine eigene Whisky-Region, sondern sie gehören zu den Highlands. Genau, und wem jetzt der Talisker am besten geschmeckt hat, vor allem halt die Rauchnoten, der ist dann auf der Isle of Islay zu Hause. Und das ist eine eigene Region. Das ist eine eigene Region, die ist definitiv eine eigene Region. Denn die Isle of Islay, da sind überall die Torffelder und die Brennereien, die richtig torfig brennen zu Hause. Denn die Isle of Islay ist halt so ein bisschen abgeschieden. Und da haben sie als letztes die Kohle bekommen, mit der man ein neutrales Heißdampf machen kann. Und deswegen haben die eben bis zum Schluss noch Torffelder benutzt. Und das ist dann irgendwie zu ihrem Markenzeichen geworden. Und dann gibt es hier einen der Klassik-Vertreter für die Isle of Islay. Und das ist der Lagavulin, 16 Jahre. Von der Südküste von Islay mit, was haben die, 45 ppm, habe ich in einem Video erzählt. Haben sie mir auch in der Brennerei erzählt, dass die 45 ppm genau abwiegen. Und das, muss man sagen, ist einer der meistverkauften schottischen Single-Mald-Wiskys überhaupt. Und das ist, ja, der Hammer. Also der Hammer, also da qualm ich aus den Ohren raus. Der hat auch... Also den Unterschied zwischen 20 und 25, den schmeckt man noch auf jeden Fall. Also 45 ist ein riesiger Unterschied zwischen dem. Aber wer jetzt diese leichte Rauchnote, dem die gut gefallen hat, der sollte sich einfach mal ein bisschen auf Islay umschauen. Denn auf Islay ist wirklich, da ist der Rauch zu Hause. Und den Lagavulin, der hat auch richtig Schinkengeschmack. Ja, genau. Richtig Schinkengeschmack, aber so richtig. So, gut. Willst du noch irgendwie Fragen machen? Oder jetzt würden wir mal eine Stunde, zwei, zwei. Jetzt schauen wir mal zum Schluss noch ein bisschen. Wir haben ein bisschen Zeit. Wir haben ein bisschen Zeit. Also gerne, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, falls wir irgendwas übersehen haben, was der Anfänger denn gerne wissen würde, einfach mal in den Chat schreiben. Dann stelle ich jetzt mal die Frage, die ich sonst normalerweise immer gestellt habe. Was ist Ihr Lieblings-Whiskey? Die Frage habe ich erwartet, ist nicht gekommen. Das Wichtige daran ist, sollten Sie hier auch sehen, es ist nicht der einzelne Whisky, der es ausmacht, sondern es ist die Reise. Die Reise durch die verschiedenen Whiskys mit den unterschiedlichen Geschmäckern. Und da darf dann ruhig auch mal einer dabei sein, der einem nicht so toll schmeckt, weil dann ist der nächste wieder umso besser. Also insofern ist es die Jagd nach dem besten Single-Malt-Whiskey, nach dem besten für einen selber. Und für jeden Einzelnen unter Ihnen ist halt ein anderer Whisky der beste. Ja, das ist für mich die Faszination beim Whisky, dass man so eine riesige Variation hat. Man hat schon bei den Schotten hat man schon so eine riesige Variation, schon allein mit den verschiedenen Regionen. Dann hat man die verschiedenen Fass-Nachlagerungen. Wir hatten jetzt hier Sherry-Fässer, wir hatten Torf drin, es gibt auch noch Wein-Fass-Lagerungen und ich glaube, die Leute haben auch noch Bier-Fass-Lagerungen gemacht. Heringsfass. Heringsfrau. Nein, das fehlt, das haben wir nicht. Das haben wir noch nicht gemacht. Aber sie haben ein Fass im Wasser untergehen lassen. Ja, ein Fass im Wasser untergehen lassen. Und wenn man dann weiter nach Amerika geht, dann hat man auf einmal diese extreme Süße mit dem Mais und dann gibt es auch noch den Ribacy, der hat so eine richtige Würze drin. Vom Roggen her. Vom Roggen her. Also es gibt beim Whisky so eine große Vielfalt. Dann haben sie beim Kobalt noch einen aus Hirse gemacht und alles durch. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht sind ja schon ein paar Fragen gekommen. Wie kann man seinen Geruch sensibilisierend trainieren? Riechen Sie teilweise nicht so viel raus? Ja, das geht also im Prinzip mit Übung. Und zwar man hat auf der Zunge nur relativ wenig Geschmäcker. So süß, sauer, salzig und Umami. Das ist so ein fleischiger Geschmack. Und da dachte man erst, man hat so fünf, sechs Geschmäcker und fertig. Aber dieser fleischige Geschmack alleine sind 30 verschiedene Rezeptoren. Aber man hat im Prinzip, sagen wir mal, 100 maximal verschiedene Rezeptoren auf der Zunge. Aber über die Nase hat man Tausende, die man über die Jahre lernt. Alles, was ich Ihnen empfehlen kann an dieser Stelle, ist, riechen Sie an allem, was Sie haben. Riechen Sie an allem. Heben Sie ein Stück Moos auf, wenn Sie spazieren gehen, riechen Sie dran. Riechen Sie an einem Tannenzapfen, riechen Sie an ein paar Nadeln. Riechen Sie alles. An Whisky. An Whisky, an allen Whiskys. Riechen Sie an allem Essen. Dass Sie hingehen, also nicht im Prinzip, jetzt fange ich das Essen an, sondern zuallererst, Gabel, Löffel, Messer, was auch immer, unter die Nase, riechen, riechen, was ist denn da überhaupt? Und dann erst essen. Also dieses Riechen an allem führt zu einem Erfahrungsstand, der mit der Zeit sich dann darauf abbildet. Und vor allem essen Sie sich immer das Gleiche. Essen Sie unterschiedliche Dinge. Kaufen Sie sich immer Äpfel, sondern kaufen Sie auch mal eine Orange, eine Grapefruit, eine Pampelmuse, einen Granatapfel und so weiter. Da finden Sie Aromen so unterschiedlich. Das macht es dann aus, was mit den Jahren kommt, weil die Geschmäcker auf der Zunge haben Sie ererbt. Die Aromen in der Nase können Sie lernen, weil von der Nase aus die Nervenfasern durch die Schädelplatte ins Gehirn gehen, ins sogenannte olfaktorische Zentrum. Und das lernt. Und vor allem lernt er es, wenn es toller Geruch ist, lernt er positiv. Und der Geruch eines Löwen ist typischerweise negativ belegt, weil man dann weglaufen musste. Und damit hat also dieser Geruch, ja. Ja, also es ist eine Trainingsfrage. Okay. Werden die Fässer in Schottland gefertigt oder importiert? Also das habe ich ziemlich gut erörtert. Es gibt ein Video von mir, das ist, glaube ich, wie heißt es, die Brown Forman Cooperage. Also es ist die Brown Forman Fassmacherei. Brown Forman ist der Konzern, dem Jack Daniels gehört. Und die produzieren alle, sieben Sekunden, acht Sekunden, produzieren die einen Fass. Und da kommt dann ihr Bourbon rein, Woodford Bourbon oder eben der Jack Daniels rein. Und die werden dann in Amerika einmal verwendet. Und dann gehen die Fässer, mittlerweile ganz, früher wurden sie zerlegt, gehen die auf die Reise nach Amerika, äh, nach Schottland. Und da werden sie dann wieder befüllt und werden dann noch ein, zwei, drei, viermal verwendet. Bei dem Premium werden sie maximal dreimal verwendet. Und wenn es dann so auf die Blended Whiskys im Supermarkt geht, dann werden sie zehnmal verwendet. Genau. Aber man kann dann die Fässer noch aufbereiten, dass man sagt, okay, man dreht die Fässer nochmal aus, das Ausgelaugte, die Innenseite wird, wird ein bisschen abgerieben, abgekratzt. Dann wird das Ganze nochmal angesteckt, weil die Fässer werden in der Brown Forman Kubel werden die getoastet. Das ist, man macht die Fässer heiß auf 150, 200 Grad. Man weiß es leider nicht, das ist ein Geheimnis, wir haben es uns auch nicht gezeigt. Und dann werden sie ausgebrannt, dass innen noch so eine kleine Holzkohleschicht entsteht, die filtert den Whisky auch nochmal ein Stückchen. Ja, und dann kommen sie noch natürlich aus Xerres und aus Südspanien und aus Portugal bekommen sie halt auch noch die Cherryfässer, wo vorher die Cherryfässer verwendet wurden oder aus Portugal die Portweinfässer und dann gibt es noch Madeirafässer und Weinfässer. Also die Schotten kaufen sich die Fässer einfach so irgendwo zusammen. Es gibt auch selten schottische Whiskys, die frische Fässer verwenden. Aber ganz, ganz selten schottisches Holz. Also es gibt eins mit Schott im Holz, aber ich glaube, das war ein Whisky von 10.000. Und dann gibt es natürlich auch noch die Mitsunara Eiche. Das ist die Eiche, die Quercus Mongolica. Die kommt aus so Korea und Nordjapan und die haben dann auch eher Fassmachereien da unten, aber sehr vereinzelt und fast 1.000 Euro. So, gibt es einen Whisky, der nächstes Jahr rauskommt, auf den Sie sich freuen? Ja! Ich habe ihn schon probiert. Nicht nur einen. Nächstes Jahr haben wir Jubiläum, 25-jähriges Jubiläum und da gibt es einige, ohne zu viel sagen zu wollen, die wir probiert haben, die da kommen werden. Da freuen wir uns ganz riesig drauf. Es wird auch genügend geben, dass für jeden was dabei ist. Wir haben so viel Whisky, dass wir den sogar verkaufen. XJXtreme28, Social Saufen. Nein, wir sind nicht am Saufen, wir sind am Probieren. Ja, genau. Okay. Benjamin Michael von Lichtenwald, was ist Benedikt von Beruf? Geschäftsführer. Als Maschinenbauingenieur. Also ich habe Maschinenbau studiert und ich habe auch als Maschinenbau gearbeitet, aber mittlerweile mache ich so Social Marketing und halt einfach, ja, und Geschäftsführer. Also dieses ganze OBS habe ich selbst aufgebaut. Es gibt auch ein Video in mein Studio. Also ich habe mich in Kameratechnik eingelernt und ja, organisiere jetzt mit Horst und eben meiner Mutter zusammen diese ganzen Whisky-Tastings und wir verkaufen den Whisky und wollen natürlich, was uns auch wirklich am Herzen liegt, ist wir haben, natürlich preisen wir auch unsere Produkte an, aber uns geht es natürlich darum, dass die Leute vernünftig den Whisky genießen und auch wissen, was sie da im Glas haben und das Ganze einfach nicht wirkungstrinken, genießen. Genau, genießen und auch wirklich kleine Mengen. Jetzt bin ich wieder bei Englisch appreciate, zu wertschätzen können, was man da eigentlich im Glas hat und dann schmeckt es einfach um einiges besser. Wird es ein Tasting Fassstärke geben? Später. Das ist eine gute Idee, können wir mal aufschreiben. Okay. Was ist der älteste Whisky, den Sie je probiert haben? Ja, da gibt es ein Video von mir und zwar habe ich da, ich glaube, das waren die Glen Grant, ne, 1950, 51, 52, 53, 54. Ja, das war auch meine Erste. Da war also, glaube ich, ein 61-Jährige dabei, das war das Älteste, was wir hatten, oder? War der von 61 oder? Nein, 61 Jahre alt. War der 61 Jahre alt. Ja, der Älteste, glaube ich, war ein 61 Jahre alt. Ja, die waren super. Also, so ein Whisky ist wirklich heftig, wenn man einen 40-Jahre-alten Whisky hat, der ist so weich, also da sind auch die Anfänger dabei, die sagen, oh, der Alkohol ist nicht mehr so heftig, aber die haben dann trotzdem irgendwo 42 Prozent oder so. Was ist der günstigste 50-Jährige Whisky? Ja, relativ, ne? Also, ich glaube, vierstellig sind sie, ne? Ja, ja, vierstellig sind sie. Also, 50-Jährige Whisky ist richtig teuer. Also, es gibt ein paar 30-Jährige, die schon richtig gut sind, die, wo man Schläppchen schlagen kann. Ja, vor allem diese ganz alten Whiskys sind nicht zwingend besser, weil sie mehr und mehr vom Fass übernehmen und mehr und mehr vom Brennereicharakter verlieren. Da wird es dann mitunter schwierig. Also, man muss auf jeden Fall die Eichen mögen. Wenn man die Eiche sagt, boah, ich mag die Eiche gar nicht, oh, dann bloß keine alten Whiskykopf. Ja, genau. Gibt es einen guten Whisky aus Südafrika? Du warst da, ne? Ja, Baines. Baines haben wir auch im Shop. Zeitreise mit Whiskyverkostung. Was war das ungewöhnlichste Geschmackserlebnis, das sie hatten, nicht zwanzöslich auf Whisky bezogen? Ich hatte einen einen Pachin. Das ist ein junger Whisky, der direkt aus der Brennblase kommt und nicht in Eichenfass gereift ist und den habe ich tatsächlich ausgespuckt. Das Video gibt es nicht online. Ja, da habe ich das Video abbrechen müssen. Ging nicht. Also, bezogen auf Whisky bin ich ein bisschen gespalten, entweder zwischen diesem, wie hieß denn, der eine Rye Whisky und Octomor. Und fernab vom Whisky würde ich sagen Krokodilfleisch, weil es so eine Mischung aus Hühnchen und Fisch war. Okay. Gut, oder? Wir haben jetzt eineinhalb Stunden Livestream gemacht. Wem es gefallen hat, wir machen unregelmäßig Livestreams. Einfach mal wieder auf whisky.de vorbeischauen. Wir verkaufen dann die Sets natürlich auch. Es gab vorher mal jemand gefragt, wo bekommt man denn die kleinen Flaschen? Die bekommt man bei uns im Shop. Wir haben jetzt aber vergriffen, weil so eine hohe Nachfrage war. Was? Ja. Wir haben am Ende vergriffen. War nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht mal einkaufen. Und was wollte ich sagen, auch gerne unseren Newsletter abonnieren, denn im Newsletter wird es dann immer angekündigt, es wird wieder einen Livestream geben und da, wir hatten, was hatten wir an Themen an Livestreams bis jetzt? Wir hatten glaube ich einmal eine Brennerei, dann hatten wir eine Fragestunde Eiler, dann hatten wir einmal Fragestunde und wir werden dann auch noch verschiedene andere Sachen machen. So ein bisschen, ja ich denke mal wieder ein paar Brennereien oder ein paar Regionen oder sowas in der Richtung. Vielleicht auch mal wieder eine Fragestunde. Oder mal wieder ein FAQ, können wir auch mal wieder gerne machen. Ja, einfach mal Newsletter abonnieren. Hast du sonst noch irgendwas? Ne, herzlichen Dank dafür, dass Sie so reichlich teilgenommen haben. Wir hatten in der Spitze über 900. Ne, wir hatten 1.030, also irgendwie unsere im Dashboard zeigt es einem irgendwie immer 150 weniger an. Also wir hatten 1.030, hatten wir 1.000 geknackt mittendrin. Okay, von mir auch vielen Dank fürs Zusehen war. Sehr schöne, nette Runde. Wer gerne nochmal das auf Englisch haben will, der kann in einer halben Stunde nochmal zuschauen. Das streamen wir dann für unseren whisky.com-Kanal auf whisky.com-live. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.